Das ist nicht mein Sohn. Das ist nur ein Körper, den ich wasche, füttere und anziehe. Hi, Mary. Hi, Dr. Wilson. Wir gehen zu Stephen. So wie letzte Woche. Und die Woche davor, bei dem Unfall, habe ich Richard und ihn verloren. Dein nächster Patient wartet im Sprechzimmer auf dich. Er ist voller Trauer seit dem Tod seiner Mutter. Er soll nach Boston gebracht werden. Ist das wirklich nötig? Er kann hierbleiben. Es ist, als hätte ich meinen kleinen Jungen wieder. Hi, Mary. Hi. Wie geht es Ihnen? Um ehrlich zu sein, ich glaube, wir tun einander gut. Tom! Tom? Tom! Die Behörden gehen davon aus, dass das vermisste Kind bei diesen Temperaturen nicht mehr am Leben ist. Ich fühle mich so schuldig. Ich fühle mich so schuldig. Sie trifft keine Schuld. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich habe Tom gesehen. Aber alle behaupten, er ist tot. Aufgrund Ihrer Schlafprobleme können Sie Ihre Albträume nicht mehr von der Realität unterscheiden. Nein, hier stimmt was nicht. Nein, hier stimmt was nicht. Steven hat Kratzer im Gesicht. Was reden Sie da? Sie glauben doch nicht etwa an Geister. Irgendwas passiert hier, das bilde ich mir nicht nur ein. Ich kann es beweisen. Ich hole dich hier raus. Sie müssen mir glauben, er ist da.